Hallo liebe KiKat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiKat-Tutorial. KiKat 5.1.3 Der Abonnent Marco hatte mir hier in der Kommentarleiste geschrieben und die Frage gestellt, ob denn KiKat die Möglichkeit, ähnlich zum Eagle, bieten würde, sich eine eigene Bibliothek zu erstellen und in dieser Bibliothek wiederum Bauteile aus anderen Bibliotheken zu speichern. Mit dem Hintergrund, sich im Prinzip eine eigene Bibliothek anzulegen, in der man im Prinzip die häufigsten verwendeten Bauteile ablegen kann und da schnell problemlos drauf zugreifen kann. Ja, und ich habe eben zurückgeschrieben, KiKat kann das und das möchte ich euch heute allen zeigen. Deshalb öffne ich mal hier den Footprint-Editor. Das ist jetzt hier der Footprint-Editor von der Version 5.1.3. Im Wesentlichen hat sich hier nichts geändert. Wie gesagt, in dieser Version waren ja eigentlich nur Fehler behoben worden und keine neuen Funktionen hinzugefügt worden. Als erstes gehen wir hier oben auf Datei und sagen, wir möchten uns jetzt hier eine neue Bibliothek erstellen, also neue Bibliothek. Wir wechseln in den Ordner KiKat. Hier hatte ich ja bereits in den ganz zu Anfangs oder in den ersten Videos gezeigt, welche Ordnerstruktur man sich anlegen sollte, um auch sauber arbeiten zu können. Also hier unser Lib-Ordner, in den wechseln wir hinein. Und wir nennen sie gleich mal nach dem Fragesteller, also marco.pretty. Na, komm her. Also marco.pretty. Das soll also die Bibliothek sein. Und die speichern wir mal. Jetzt müssen wir natürlich hier noch überlegen, soll die jetzt nur für ein spezifisches Projekt gelten oder global für alle zukünftigen Projekte. Das muss man natürlich dann an dieser Stelle für sich entscheiden, für was man die braucht. Ich sage jetzt mal hier global und damit ist die angelegt. Wir sehen sie jetzt hier, ist sie vorhanden. Und wir sehen hier kein Dreieck davor, das heißt sie ist noch leer. Im Gegensatz hier zu dieser LED, hier sehen wir jetzt die Bauelemente drin. So, ich zeige euch parallel mal, wie das Ding jetzt hier im Ordner aussieht. Und bei KiCat haben wir ja den großen Vorteil, dass alle Dateien Textdateien sind. Und wir sehen also hier marco.pretty. Und wenn ich hier hineingehe, sehen wir, die ganze Bibliothek ist leer. Und wir sehen auch, dass es hier ein Ordner für das Linux-Betriebssystem ist. Hier ist es ein Ordner. Für KiCat ist es dann eine Bibliothek. Und hier sehen wir dann, zum Beispiel werden jetzt diese Einzelbauelemente in dieser Bibliothek abgelegt. So, das parallel dazu. Und jetzt wollen wir diese Bibliothek mal befüllen. Und dazu gehe ich mal her. Ich nehme jetzt hier einfach mal zum Beispiel den BC547. Den finden wir hier nicht. Warum finden wir den nicht? Weil der hat das Package TO92. Das finden wir hier. Da bitte aufpassen. Also viele Transistoren werden hier nicht nach ihrem Namen abgelegt. Oder überhaupt allgemein. Viele Bauteile werden nicht nach ihrem Namen abgelegt, sondern nach ihrem Package. Was ja auch eigentlich so richtig ist. Und da sehen wir hier TO92. Da haben wir hier verschiedene. Und ich nutze jetzt mal hier das Handsolder. Das heißt, hier sind die Pads etwas größer gestaltet. Die Lötpads sind größer. Und jetzt haben wir diesen, wenn ich hier Doppelklick drauf mache, diesen Footprint hier geladen. Wie kriegen wir den jetzt in unsere Datei oder in unsere Bibliothek? Marco. Ganz einfach. Wir gehen hier auf Datei. Speichern unter. Und suchen uns jetzt unsere Bibliothek aus. Und wahrscheinlich steht sie hier ganz am Ende. Genau, da ist sie. So, wir suchen sie hier aus. Hier ist sie. Einfach entweder jetzt hier Doppelklick oder Anwählen und Speichern. Ich mache mal hier einen Doppelklick drauf. Damit ist dieses Bauelement im Prinzip in diese Datei Marco kopiert worden. Und ich öffne jetzt hier parallel dazu mal den Ordner. Das heißt, wenn ich jetzt hier öffne, sehen wir, ist dieses TO92L-Handsolder-Keycat-Mod in diesem Ordner abgespeichert worden. Also damit in dieser Bibliothek verfügbar. Und wenn ich jetzt hier mal rechtsklick draufgehe und öffne das mit Z, halt hier oben, öffne das hier also mit X-Editor vom Linux beziehungsweise mit Notepad++ oder mit dem normalen Notepad dann für die Windows-Fraktion. Dann können wir das hier schön öffnen. Und dann sehen wir hier im Prinzip nichts weiter als eine Textdatei, in der dieser Footprint beschrieben wird. Und wir sehen also hier Module T92L-Handsolder. Das ist also die Beschriftung, auf welchen Layer das zugreift. Dann haben wir hier mit Description die Beschreibung von der ganzen Geschichte. Und hier weiter nach unten geht es jetzt eben los. Hier eine Linie, die startet bei diesen Koordinaten, endet bei diesen Koordinaten und liegt hier auf dem Layer F-Silk mit einer Breite von 0.12 mm. Und so geht das hier weiter und damit wird im Prinzip der gesamte Footprint beschrieben mit diesen Befehlen. Theoretisch, wenn man diese Befehle wüsste oder auswendig könnte und auch hier mit dem Koordinatensystem zurecht käme, könnte man jetzt auch hier im Texteditor durchaus etwas schreiben und sich den Footprint auch so erstellen. Das ist natürlich sehr umständlich. Das machen wir nicht. Dafür gibt es ja hier diesen Footprint-Editor. Und hier sehen wir jetzt also dieses Bauteil und wir sehen, dass es auch jetzt hier oben auftaucht. So, dann gehen wir nochmal rein. Nehmen wir nochmal TO5 zum Beispiel. Da haben wir hier also eine TO5. Das ist jetzt nur die Referenz. Das ist ein Bauelement, was ich beabsichtige zu zeichnen. Da habe ich erstmal nur das Bauelement abgelegt. Deswegen sehen wir jetzt hier keine Linien in meiner Bibliothek-Tutorial. Nehmen wir mal hier diese Laser-Diode. Da haben wir also diesen Footprint dazu. Und ich kann jetzt wieder hierher gehen und Speichern unter machen. Suche mir hier wieder meine Bibliothek Marco raus. Doppelklick drauf. Und damit sind jetzt zwei Bauelemente hier drin. Wir sehen es auch hier. Es sind jetzt also zwei Bauelemente in dieser Bibliothek hinterlegt. Und so kann ich das jetzt fortführen mit allen Bauteilen, die ich da reinhaben möchte. Das heißt also, Bauteile aus anderen Bibliotheken kann ich also mit der Funktion Speichern unter in eine andere Bibliothek abspeichern. Und mir so eine Sammelbibliothek erstellen, die ich haben möchte. Alternativ ist, ich kann natürlich auch jetzt hierher gehen und sagen, ich möchte einen neuen Footprint erstellen. Nennen wir ihn mal TOM1, was auch immer das jetzt für ein Bauelement sein soll. Dann wäre das jetzt unser Footprint. Das heißt, die Referenz und der Wert werden jetzt hier vorangelegt. Und ich könnte jetzt hier mit den Zeichenelementen und mit den Pad-Elementen hier entsprechend Pads hinzufügen und Linien und Kreise hinzufügen und zeichnen. Und wenn ich natürlich jetzt hierher gehe und sage, speichern unter, kann ich den wieder hier in meiner Datei Marco speichern. Und das wäre jetzt also ein eigener Footprint, den ich selbst zeichne, weil ich den noch nicht habe. Und wir sehen, er wäre jetzt auch hier wieder mit in dieser Bibliothek vorhanden. Und ich könnte ihn jetzt auch hier also weitergeben. Das heißt, wenn ich diese Bibliothek, so wie sie jetzt hier ist, einfach kopiere auf dem Stick oder auf ein anderes Medium und gebe die jemandem anders, kann derjenige diese dann auch entsprechend einbinden und verwenden. Das Einbinden von Bibliotheken hatte ich natürlich schon in anderen Videos gezeigt. So, ich hoffe, damit habe ich die Frage von Marco beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß mit KiCat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.